Volle Kontrolle mit der Fronius Solar Wattpilot App. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Michael Raunig und ich darf Ihnen heute die Funktionen der Fronius Solar Wattpilot App vorstellen. Mit der Solar Wattpilot App haben wir die Möglichkeit, Ihren neuen Wattpilot direkt in Betrieb zu nehmen und die komplette Konfiguration, die Visualisierung und die Funktionen Ihres neuen Gerätes perfekt zu nutzen. Dazu möchte ich einmal starten mit der Inbetriebnahme des Fronius Wattpilot und hier bei der Inbetriebnahme wollen wir jetzt dafür sorgen, dass der Wattpilot konfiguriert wird und in die Heim-Netzwerk eingefügt wird. Dafür ist die erste wichtige Schritt der Download der Fronius Solar Wattpilot App. Sie können die Wattpilot App direkt aus dem iOS App Store oder aus dem Google Play Store herunterladen, haben dann die Möglichkeit, diese App direkt auf Ihrem Endgerät zu installieren. Nach der Installation können Sie die Wattpilot App direkt starten und der erste Schritt gibt Ihnen dann zwei Möglichkeiten auf. Zuerst einmal haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Wattpilot in Ihren Netzwerk einzubinden. Das heißt, das ist die grundsätzliche Konfiguration eines neuen Gerätes und der zweite Schritt, der untere Button, ist dann einen bereits verbundenen Wattpilot in Ihre App einzubinden. Zu diesem Punkt kommen wir später. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Wattpilot schon besteht und Sie ihn zusätzlich einbinden wollen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem ersten Punkt, mit dem neuen Wattpilot, den Sie in Ihr Netzwerk einbinden. Bei den iOS Geräten ist zusätzlich noch die Notwendigkeit, den Punkt Solar Wattpilot möchte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk finden und eine Verbindung herstellen, dass Sie diesen Punkt mit OK akzeptieren. Das ist ganz wichtig, damit die iOS App mit dem Wattpiloten eine Verbindung herstellen kann. Bei Android Geräten entfällt dieser Schritt und deswegen klicken wir jetzt auf unseren ersten Punkt, den Wattpiloten in Ihr Netzwerk einzubinden. Natürlich, wie auch hier in der Nutzungs-E-Mail, müssen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärungen akzeptieren. Das heißt, wir akzeptieren diesen Schritt unten mit dem Hackerl und gehen dann oben auf den ersten Punkt auf Verbinden. Der erste Schritt ist dann also die Verbindung mit dem Hotspot des Wattpiloten. Hierzu ist zu sagen, der Wattpilot hat den Hotspot stetig und immer geöffnet. Das heißt, sobald Sie den Wattpiloten mit dem Stromnetz verbinden, öffnet sich dieser Hotspot und bleibt aktiv ständig. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist in unsere WLAN-Einstellungen vom Mobilgerät reinzugehen, aktivieren uns jetzt hier das WLAN und suchen jetzt nach dieser SSID, nach dem Namen des Wattpilot. Die SSID, also der Name, beläuft sich dabei immer auf Wattpilot-Unterstrich und dann die Seriennummer Ihres Gerätes. Die Seriennummer können Sie auch entweder direkt am Gerät ablesen oder auf Ihrer Wattpilot Reset Card. Wir können uns dann hier direkt mit dem WLAN des Wattpilot verbinden und geben dann hier zusätzlich den Hotspot-Key, also das Passwort dafür ein. Den Hotspot-Key finden Sie jetzt direkt auf der Reset Card Ihres Gerätes. Das heißt, in jedem Lieferumfang ist eine Reset Card enthalten und auf dieser finden Sie einmal, wie angesprochen, oben die Seriennummer des Gerätes, darunter dann eben die Hotspot SSID. Das ist dann genau dieser Name, Wattpilot-Seriennummer, den Sie auswählen, um sich auf das Gerät zu verbinden. Und der dritte Punkt, ganz wichtig, ist dann eben der Hotspot-Key. Das ist dann das Passwort, das Sie einmalig benutzen, um sich mit Ihrem Wattpilot, mit diesem Hotspot zu verbinden. Alternativ zur manuellen Eingabe haben Sie auch die Möglichkeit, ganz einfach auf der rechten Seite den QR-Code zu scannen. Das heißt, mit jedem beliebigen QR-Code-Scanner oder auch integriert in der Kamera haben Sie die Möglichkeit, sich direkt auf diesen Hotspot zu verbinden. Wenn wir die Verbindung dann hergestellt haben, können wir wieder zurückgehen in die Solar Wattpilot-App. Und hier sehen wir dann sofort, dass herunten der Ladebalken verschwunden ist und wir können direkt auf Weiter klicken, sobald wir die Einstellung aktiviert haben. Auch ganz wichtig für Android-Geräte, sobald Sie sich mit dem Hotspot des Wattpiloten verbinden, kommt eine Meldung, dass hier kein Internet verfügbar ist. Das ist natürlich klar, dass es sich hier um einen Hotspot handelt, wird kein Internet bereitgestellt. Es ist aber wichtig, dass Sie diesen Punkt akzeptieren, dass Sie auf Weitergehen, dass hier der Hotspot sozusagen konfiguriert wird, dass die Verbindung mit dem Wattpilot hergestellt werden kann. Als nächsten Schritt klicken wir dann hier auf Weiter und kommen dann zu unserem zweiten Schritt. Und dieser zweite Schritt ist jetzt die Verbindung herzustellen mit dem Heimnetzwerk des Kunden. Das heißt, wenn Sie zu Hause ein Heimnetzwerk haben oder eben der Kunde den Wattpiloten in sein Heimnetzwerk bringen möchte, dann haben Sie hier ganz einfach die Möglichkeit, Ihr Heimnetzwerk aus der Liste auszuwählen. Das heißt, wir suchen jetzt hier in der Liste die verfügbaren Netzwerke ab. Hier sehen wir jetzt also das Home-Wifi in unserem Fall. Das ist jetzt das Heim-WLAN-Netzwerk, auf das wir uns verbinden wollen. Alles, was getan werden muss, ist jetzt dieses Home-Wifi anzuwählen. Also das ist jetzt sozusagen das Kundennetzwerk, in das ich mich verbinden will. Und als nächstes eben das Passwort einzugeben. Hier ist immer ganz wichtig, das Kundenpasswort, also das Heim-WLAN-Netzwerk-Passwort zu wissen, um sich jetzt hier auf dieses Heim-Netzwerk verbinden zu können. Nach der Eingabe des Passwort kann ich rechts oben auf verbinden gehen und danach wird eine Verbindung zwischen Wattpilot und Heim-Netzwerk hergestellt. Das sehen wir dann daran, dass hier oben steht konfigurierte Netzwerke. Hier scheint dann das konfigurierte Netzwerk auf und sobald eine Verbindung besteht, wird hier auch mit einem Haken angezeigt, dass die Verbindung bereitsteht. Als nächsten Schritt, sobald dieser Haken aktiv ist, können wir ganz nach unten zoomen und hier auf den Punkt weitergehen, um die Inbetriebnahme fortzuführen. Ja, der Schritt 2 ist jetzt ein Passwort zu setzen für den Wattpiloten selber. Das heißt, um auf Ihren Wattpiloten zum Beispiel aus dem Internet dann später zugreifen zu können, müssen Sie hier ein Passwort für das Gerät selber vergeben. Das heißt, dieses Passwort vergeben Sie selber. Sie können sich hier ein beliebiges Passwort wählen und können dieses Passwort dann nach belieben eingeben. Herunten noch einmal das Passwort bestätigen und wenn Sie das Passwort eingegeben haben, können Sie herunten direkt auf den Punkt weiter klicken. Ja, der letzte Schritt ist dann relativ einfach. Der letzte Schritt bezieht sich dann auf die Internetverbindung. Da steht dann sozusagen als Erfolgsmeldung, dass die Verbindung mit Ihrem Netzwerk erfolgreich war und Sie können jetzt direkt über Ihr Heimnetzwerk oder und dem Internet mit Ihrem Wattpiloten verbinden. Das heißt, der letzte Punkt ist dann einfach nur mehr das Klicken auf Finish. Hierzu gehen wir zuerst in unser Heimnetzwerk oder können über die mobilen Daten auf das Gerät zugreifen. Das heißt, wir deaktivieren jetzt einfach hier das WLAN und greifen jetzt hier über unsere mobilen Daten vom mobilen Endgerät auf das Gerät zu. Der letzte Punkt jetzt also auf Finish zu klicken und hiermit die Inbetriebnahme abzuschließen. Hier sind wir dann mit dem Wattpiloten schon direkt verbunden. Das heißt, hier sehen wir jetzt die Web-Oberfläche des Wattpiloten und haben die Inbetriebnahme damit abgeschlossen. Als nächstes wollen wir uns die Übersicht der App anschauen. Das heißt, was können wir in der App jetzt alles konfigurieren beziehungsweise visualisieren. In der App haben wir jetzt also verschiedene Möglichkeiten, den Wattpiloten einzustellen, die verschiedenen Lademodi zu konfigurieren und natürlich den Ladevorgang selber zu visualisieren. In der App möchte ich Ihnen jetzt noch den zweiten Schritt zeigen, der Inbetriebnahme und das ist einen bestehenden Wattpiloten, der schon konfiguriert ist, in meine App zur Visualisierung und Konfiguration hinzuzufügen. Hierzu haben wir oben das Plus-Symbol. Hier können wir ganz einfach draufklicken und kommen dann wieder auf die Seite Wattpilot einrichten. Und hier möchten wir jetzt den zweiten Punkt auswählen, das heißt, wieder einmal die Nutzungsbedingungen akzeptieren und danach den Wattpiloten, der bereits verbunden ist, in Ihre App hinzufügen. Das wäre zum Beispiel der Nutzungsfall, wenn Sie den Wattpiloten an einem Handy, an einem Endgerät schon konfiguriert haben und Sie möchten jetzt einer zweiten Person Zugang zu diesem Gerät geben, beziehungsweise einfach von einem zweiten Mobilgerät auf diesen Wattpiloten zugreifen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem, das heißt, Sie können von beliebig vielen Geräten auf ein Wattpilot-Gerät zugreifen, können hier die Verbindung herstellen, können dann zum Beispiel den Ladevorgang über das zweite mobile Endgerät genauso starten. Hierzu wählen wir jetzt also den zweiten Punkt in der Inbetriebnahmeseite aus. Um jetzt die Verbindung mit einem schon bereits konfigurierten Wattpiloten herzustellen, müssen wir jetzt hier einfach nur die Seriennummer von dem Gerät eingeben. Die Seriennummer, wie gesagt, finden Sie direkt am Gerät oder auf Ihrer Wattpilot Reset Card. Hier können Sie jetzt die Seriennummer ganz einfach am Gerät eingeben, das heißt, wir geben jetzt hier die Seriennummer ein und zusätzlich geben Sie in den unteren Button ein das Passwort, das für den Wattpiloten gesetzt worden ist. Das heißt, einerseits benötigen Sie sozusagen die Seriennummer des Gerätes und zweitens das Passwort, was für den schon konfigurierten Wattpiloten vergeben worden ist. Dieses Passwort können Sie jetzt hier unten in die untere Zeile eingeben. Nach Eingabe klicken Sie einfach auf Verbinden und können die Verbindung mit diesem schon bestehenden Wattpiloten mit ihrer Herstellung und können sich direkt auf dieses Gerät verbinden. Was wir jetzt sehen in der Übersicht ist einmal die Startseite, das heißt, hier sehen Sie, in diesem Fall wird gerade ein Fahrzeug geladen. Sie sehen, seit sieben Minuten findet ein Ladevorgang statt. Die aktuelle Leistung beläuft sich über 11,2 kW, mit der das Fahrzeug geladen wird. Das ist jetzt einmal die grundsätzliche Übersicht für den Ladebalken, das heißt für die Leistung. Die sehen Sie hier oben. Sie sehen zusätzlich hier unten drei Buttons. Sie sehen einmal den Lade-Modi mit dem geladen wird. Das heißt, hier können Sie über die App auch direkt den Lade-Modi ändern, wenn Sie das möchten. Sie können hier zwischen Eco-Mode und Next-Trip-Mode umschalten, können dann im zweiten Button außerdem natürlich die Stromstärke einstellen. Hier können Sie dann je nach Belieben Ihre Stromstärke einstellen. Das können Sie, wie gesagt, entweder direkt am Gerät mit dem Taster an der Frontseite des Gerätes machen oder eben hier in der App direkt die Stromstärke wählen, die Stromstärke auswählen, mit der Sie am liebsten laden möchten. Sie können jetzt hier entweder sozusagen schonend langsam laden oder mit maximalem Strom, je nachdem, wie schnell die Ladung voranschreiten soll. Ja, und der letzte Punkt auf der rechten Seite ist dann unsere Scheduler-Funktion, unsere Ladetimer-Funktion. Mit der können Sie dann hier Ihren Next-Trip-Mode einstellen. Sie können hier die Mindestreichweite einstellen und bis wann die Zeit erreicht ist. Dazu später mehr in der Next-Trip-Mode. Ja, hier unten sehen Sie dann noch die Statusanzeige. Hier sehen wir, mit welcher Leistung gerade geladen wird. Das ist natürlich für viele Elektroautos sehr interessant, die die aktuelle AC-Ladeleistung nicht anzeigen im Fahrzeug. Die können wir dann hier direkt über die App visualisieren. Unten sehen Sie dann auch noch Statistikwerte, nämlich wie viel Kilometer pro Stunde nachgeladen werden, wie viel Kilometer insgesamt schon nachgeladen wurden und wie viel Kilowattstunden bzw. Kilometer über diesen Wattpilot schon geladen worden sind. Ganz unten sehen Sie dann auch noch die Spannungswerte pro Phase, die Ampere-Werte, also die Stromstärke pro Phase und dann entsprechend unten die Cosinus 4, also die Wirkleistung des Ladevorgangs. Ja, der zweite Punkt, den Sie hier oben sehen, ist dann der Punkt Details. Und hier können Sie unter Details jetzt genau sehen, wo die aktuelle Leistung für Ihr Fahrzeug herkommt. Sie haben jetzt hier oben drei Bubbles. Einmal sozusagen die Leistung aus dem Heimbatteriespeicher, so einer vorhanden ist, würde man dann hier sehen und visualisiert werden, wenn Leistung aus diesem Batteriespeicher gezogen wird. Der zweite ganz wichtige Punkt ist natürlich die PV-Energie. Das heißt, hier sehen Sie dann, wie viel Energie aus Ihrer Photovoltaikanlage gezogen wird, um das Auto zu laden. Und der dritte Punkt ist dann das öffentliche Netz. Hier sehen Sie dann, wie viel Leistung aus dem öffentlichen Netz gezogen wird, um das Fahrzeug zu laden. Hier unten noch einmal die drei Buttons zur Einstellung von Stromstärke und Lademodi. Und noch einmal hier unten die Visualisierung für den Verbrauch. Ja, der letzte Punkt ist dann hier oben der Punkt Preis. Und dieser Punkt für das Preischart ist ganz wichtig für die Nutzung unserer variablen Stromtarife, zu der wir dann später kommen. Hier sehen Sie dann den aktuellen Preisverlauf, wie sich der Preis über die Zeit entwickelt. Als zweiten Punkt möchte ich Ihnen jetzt noch den Punkt herunten unter Einstellungen zeigen. Hier unter den Einstellungen haben Sie die Möglichkeiten, die allgemeinen Einstellungen des Gerätes vorzunehmen. Das heißt, einmal können Sie natürlich hier oben einstellen, schon direkt wieder die Strompegel. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen Strompegeln zu entscheiden. Sie können hier frei wählen, zwischen fünf Stufen, die Sie selbst einstellen können. Das heißt, Sie können hier selbst wählen, mit welchem Strom geladen werden sollen. Sie können den Strom hier auch nach Belieben variieren. Können hier oben auch den Punkt setzen mit alle Stufen aktivieren oder deaktivieren. Und können natürlich auch ein absolutes Maximum für den Wattpiloten setzen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Anschluss haben, der auf 16 Ampere begrenzt ist, können Sie dieses absolute Maximum mit 16 Ampere auch festlegen und damit den Wattpiloten natürlich auch dauerhaft begrenzen. Ja, weitere Möglichkeiten, die Sie haben, sind dann natürlich einmal die Kostenoptimierung, den Ladetimer. Da kommen wir später dazu. Sie haben hier unter dem Punkt Anpassen die Möglichkeit, die Helligkeit der LEDs an der Frontseite des Gerätes anzupassen. Das heißt, hier können Sie die Helligkeit verändern, genauso wie die LED-Farben. Sie haben hier die Möglichkeit, die Farben an der Frontseite des Gerätes zu verändern. Können hier natürlich beliebige Farben auswählen und können hier unten noch die Zeitzone für Ihr Land setzen. Ja, herunten der Punkt Sicherheit. Hier haben wir die Möglichkeit, den Zugriff und die Sicherheit des Wattpiloten festzulegen. Hier einmal unter dem Punkt Zugriffsverwaltung können wir einmal einstellen, ob das Gerät offen verfügbar sein soll. Das heißt, offen bedeutet in dem Fall, Sie können an das Gerät gehen, anstecken und sofort laden. Oder wenn Sie im halböffentlichen oder öffentlichen Bereich installieren, können Sie hier auch eine Authentifizierung erforderlich machen. Das heißt, hier wird dann mit einem unserer ID-Chips die Ladung gestartet. Hier wird dann direkt am Gerät authentifiziert und Sie können die Ladung dann nur mehr über einen ID-Chip starten. Ja, der nächste Punkt ist dann die Kabelentriegelung und hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Settings einzustellen. Sie können entweder den Standard-Mode auswählen. Das heißt, das würde bedeuten, der Wattpilot funktioniert wie eine normale Ladestation, wie zum Beispiel eine öffentliche Ladestation. Das heißt, das Fahrzeug wird geladen bis Ende des Ladevorgangs. Das Kabel bleibt danach verriegelt, bis das Auto aufgesperrt wird, bis das Kabel sozusagen manuell entriegelt wird und dann kann es abgezogen werden. Die automatische Entriegelung können Sie setzen. Das heißt, sobald der Wattpilot die Ladung beendet, sobald zum Beispiel das Auto voll geladen ist, wird das Typ 2 Ladekabel automatisch entriegelt am Gerät. Hier wäre der typische Use Case. Sie haben den Wattpiloten in Ihrer persönlichen Garage hängen und möchten zwei verschiedene Autos laden und sobald das erste Auto fertig geladen ist, kann man das Kabel abziehen vom Wattpiloten und kann das zweite Fahrzeug direkt anstecken, ohne die Notwendigkeit das erste Fahrzeug aufzusperren. Das heißt, das wäre der Fall zum Beispiel für Community-Ladestationen, wo mehrere Nutzer den Wattpiloten nutzen, dann können Sie mit dieser automatischen Entriegelung-Funktion sicherstellen, dass jedes Fahrzeug geladen werden kann. Der letzte Punkt ist dann noch der Punkt immer verriegeln und hier beläuft sich die Funktion folgendermaßen, dass hier das Typ 2 Ladekabel immer fix am Gerät verriegelt bleibt. Das heißt, das Kabel kann nicht abgesteckt werden, auch wenn kein Fahrzeug entsprechend gerade angesteckt ist. Das wäre der typische Anwendungsfall, wenn Sie einfach eine stationäre Wallbox, eine stationäre Ladestation implementieren wollen, dann können Sie hier über den Punkt immer verriegeln sicher gehen, dass das Typ 2 Ladekabel einfach wie ein fix angeschlagenes Ladekabel am Gerät verriegelt bleibt. Und die letzte Funktion, die ist ganz besonders praktisch bei einem Stromausfall. Hier können Sie aktivieren oder deaktivieren, ob das Kabel bei einem Stromausfall automatisch entriegelt wird. Vielleicht ist dem ein oder anderen von Ihnen der Fall schon mal passiert. Sie kommen zu einer Ladestation, der FI-Schutzschalter hat ausgelöst und das Kabel bleibt an der Station verriegelt. Das ist natürlich ein ganz ärgerlicher Fall, weil dann im schlimmsten Fall das Kabel bis der Strom wiederkommt, an der Ladestation verriegelt bleibt. Und mit diesem Punkt haben Sie die Möglichkeit, genau diese missliche Lage zu umgehen. Und sobald der Strom ausfällt, entriegelt jetzt hier der Wattpilot das Kabel und es kann entsprechend abgezogen werden. Der nächste Punkt ist dann nach der Kabelungsentriegelung die Erdungsprüfung. Hier können Sie die Erdungsprüfung aktivieren oder deaktivieren. Je nach ländlicher Verfügbarkeit haben Sie dann hier die Möglichkeit, das entsprechend zu ändern. Unter dem Punkt ID-Chips können Sie dann bis zu zehn von den ID-Chips hinzufügen. Und Sie sehen schon, hier sind diverse ID-Chips hinzugefügt und können dann hier auch unter jedem ID-Chip die Kilowattstunden festlegen. Das heißt, hier wird dann angezeigt, wie viele Kilowattstunden mit diesem Chip geladen worden ist. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn mehrere Nutzer den Wattpilot nutzen, kann dann hier festgestellt werden, wer wie lange geladen und wie viel Energie geladen worden ist. Natürlich können Sie auch die Energie einfach zurücksetzen oder den ID-Chip entsprechend löschen und einen neuen anlernen. Ja, der nächste Punkt ist dann der Punkt Passwort und hier kann natürlich das Passwort gezeigt bzw. zurückgesetzt werden für den Wattpiloten selber. Soviel zu einer kurzen Übersicht der Einstellungen und der letzte Punkt ist dann noch auf der rechten Seite der Punkt Internet, den ich Ihnen zeigen möchte. Hier noch einmal dargestellt, mit welchem WLAN, also mit welchem Heimnetzwerk der Wattpilot im Moment verbunden ist, mit welchem Hotspot-Passwort hier eingearbeitet wird bzw. unter erweiterte Einstellungen können Sie natürlich noch den Punkt Internetverbindung erlauben anklicken. Der ist natürlich wichtig für einerseits die Nutzung der flexiblen Stromtarife, aber auch natürlich für Funktionen wie die Zeitsynchronisation oder natürlich ganz wichtig die App-Verbindung über das Internet von extern zu ermöglichen. Das heißt, wenn Sie auf den Wattpiloten zugreifen wollen von extern über die mobilen Daten, ist es ganz wichtig, dass dieser Internetverbindung erlauben aktiviert ist. Ja, außerdem können Sie natürlich einen Neustart veranlassen direkt aus der App heraus. Sie können die aktuelle Firmware des Wattpiloten prüfen und können natürlich auch eine Aktualisierung anstoßen, sowie können Sie natürlich auch prüfen, welche App-Version aktuell installiert ist und diese gegebenenfalls mit der App-Version am App Store abgleichen. Als nächsten Punkt möchten wir über das günstige Laden mit einem variablen Stromtarif sprechen. Das heißt, hier möchten wir Ihnen zeigen, wie es jetzt möglich ist, genau diese günstigen Stromtarife zu nutzen. Um die Einstellungen jetzt vorzunehmen, können wir hier direkt unter den Einstellungen in den Punkt Kostenoptimierung einsteigen. Hier unter Kostenoptimierung haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal unseren variablen Stromtarif zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Das funktioniert über diesen Schieberegler hier. Und auf der Unterseite haben Sie jetzt die Möglichkeit, das entsprechende Land auszuwählen, in dem Sie sich befinden. Hier können wir zum Beispiel das Land Deutschland auswählen, wo wir dann mit unserem Fronius Luminar Stromtarif die Ladung starten bzw. beenden können. Ein ganz wichtiger Punkt für die flexiblen Stromtarife ist jetzt die Festlegung des Ecomode Preislevels. Das heißt, hier können Sie jetzt einen bestimmten Centwert einstellen, ab dem Sie möchten, dass der Ladevorgang gestartet wird. Das heißt, wir können hier jetzt zum Beispiel einen Centwert von 7,5 Cent einstellen und das bedeutet, dass ab 7,5 Cent Bruttopreisgrenze sozusagen die Ladung gestartet wird. Und hier wird dann die Ladung sozusagen gestartet, sobald der Strom günstiger ist als diese 7,5 Cent. Hier oben haben wir dann den Punkt Speichern. Damit werden die Einstellungen gespeichert und wir können uns das Ganze dann hier oben anschauen in unserer Übersicht. Wir sehen schon, wir haben jetzt hier den Ecomode aktiviert und können dann unter dem Preischart auf der rechten Seite uns ansehen, wann geladen wird. Wir sehen jetzt hier, der Luminar Strom bzw. der Avatar-Tarif liegt jetzt bei 5,17 Cent pro Kilowattstunde und nachdem wir unser Preislevel relativ hoch gesetzt haben mit unseren 7,5 Cent, sehen wir jetzt, dass in diesen Zeiten geladen wird. Das heißt, der ist die Möglichkeit, auch in der Zukunft zu sehen, wie viel über die nächsten 24 Stunden geladen wird und wir können dann damit abschätzen, bis zu welcher Grenzwert unser Auto geladen wird bzw. zu welchen Zeiten das Fahrzeug geladen wird. Um jetzt hier mehr Einsparungen zusammen zu bekommen, kann ich natürlich diese Preisgrenze einfach niedriger setzen und kann dafür sorgen, dass mein Auto wirklich nur mit dem möglichst günstigen Strom aus dem Netz geladen wird. Der nächste Punkt ist jetzt das günstige Laden mit PV-Überschuss und beim günstigen Laden mit PV-Überschuss wollen wir jetzt natürlich sicherstellen, dass wir mit überschüssigem PV aus, dass wir mit überschüssiger Energie aus der PV-Anlage laden und die Einstellungen, die wir dafür benötigen, möchte ich Ihnen jetzt direkt in der App zeigen. Wir haben jetzt einmal unten unseren Punkt Einstellungen, das heißt, hier unter dem Punkt Einstellungen gehen wir jetzt wieder in unsere Kostenoptimierung und zusätzlich zum variablen Stromtarif, den wir vorher schon eingestellt haben, können wir jetzt hier weiter runterzoomen und sehen dann hier den Punkt PV-Überschuss verwenden. Diesen Punkt kann ich natürlich genau wie den variablen Stromtarif aktivieren bzw. deaktivieren. Dieser Punkt ist auch serienmäßig, das heißt, bei Auslieferungen des Gerätes schon aktiviert und wie Sie sehen, der Wechselrichter in diesem System ist jetzt hier auch schon ausgewählt. Das heißt, wenn Sie den Wattpiloten in ein bestehendes Netzwerk bringen, wo ein Phonius-Wechselrichter gekoppelt ist, dann wird dieser auch automatisch vom Wattpiloten gesucht und gefunden. Das heißt, beim ersten Mal, bei der ersten Konfiguration wird der Phonius-Wechselrichter automatisch gekoppelt und Sie können im Prinzip die PV-Ladung direkt starten. Sie haben natürlich dann auch die Möglichkeit, auf den Wechselrichter zu klicken und zum Beispiel einen anderen verfügbaren Wechselrichter zu konfigurieren. Sagen wir, Sie haben zwei Phonius-Wechselrichter in einem System und Sie wollen einen Wechselrichter davon zum Mastergerät ernennen, sozusagen von dem dann der Bezug kommt, dann können Sie den hier unten einfach in der Liste auswählen, je nachdem welcher Wechselrichter in diesem Verbund angezeigt wird. Der letzte Punkt hier ist die PV-Überschuss-Einstellung und hier kann ich jetzt ganz einfach den Leistungspegel festlegen. Sie wissen ja, für jedes Elektroauto benötigen wir zumindest 6 Ampere Ladestrom, um das Fahrzeug zu laden, um die Ladung zu starten. Das heißt, dieser Startleistungspegel, der kann jetzt hier frei konfiguriert werden, der ist standardmäßig auf 1,4 kW gesetzt. Dies entspricht eben diesen 6 Ampere, wäre 1,38 kW, ist in dem Fall auf 1,4 kW gesetzt. Den können Sie natürlich frei konfigurieren, das heißt, wenn Ihr Auto zum Beispiel mehr Leistung benötigt, können Sie diesen frei konfigurieren oder wenn Sie natürlich selbst sagen, ich möchte diesen Pegel einfach hinaufsetzen. Ja, dann haben wir den zweiten Punkt. Eine Nulleinspeisung ist natürlich möglich. In Kombination mit dem Fronius Wechselrichter ist es möglich, mit dem Wattpiloten jetzt eine Nulleinspeisung zu realisieren. Das heißt, Sie können wirklich dafür sorgen, dass natürlich, das muss auch im Fronius Wechselrichter eingestellt werden, dass ich eine Nulleinspeisung haben möchte, kann ich jetzt hier sicherstellen, dass mit dem Wattpiloten in Kombination wirklich eine Nulleinspeisung realisiert wird. Das heißt, all meine überschüssige Energie wird jetzt entweder in das Auto geladen oder eben entsprechend vom Wechselrichter abgeriegelt. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie keine Energie in das öffentliche Netz einspeisen wollen. Ja, der nächste Punkt, den Sie dann hier unten sehen, ist das Regelverhalten und das können Sie nach Belieben einstellen. Sie haben jetzt hier drei Möglichkeiten, die Regelung der PV-Optimierung zu variieren. Sie haben einmal die Möglichkeit, eben den Netzbezug zu bevorzugen. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt die Ladung in einzelnen Ampere-Schritten regeln, haben wir immer entweder einen kleinen Bezug oder eben eine kleine Einspeisung im Netz. Nehmen wir das Ganze für die einphasige Ladung an. Hier haben wir ja die Regelung in 230 Watt-Schritten und sich kann jetzt dem Wattpiloten sozusagen vorgeben, ob er diese nötige Energie aus dem Netz beziehen soll oder ob er eben mehr Energie in das Netz einspeisen soll oder mit dem Standard-Mode wird die Energie sozusagen immer halbiert. Das heißt, ab der Hälfte dieser 230 Watt-Schritte wird dann sozusagen auf die nächste Ampere-Schwelle umgeschaltet. Das Ganze ist hier unten auch noch einmal visualisiert. Das heißt, hier habe ich dann die Möglichkeit, je nach Anlage, je nach Größe der Anlage, bei größeren Anlagen würde ich zum Beispiel empfehlen, die Netzeinspeisung zu bevorzugen, um hier sicherzustellen, dass der Wattpilot immer rein mit PV-Überschuss betrieben wird. Ganz wichtig hier oben auch der Punkt Speichern. Immer wenn Sie hier Einstellungen verändern, bitte nicht auf den Speicher-Button vergessen, um hier entsprechend die Einstellungen dann auch zu speichern. Ja, der letzte Punkt und der ist ein ganz wichtiger Punkt, ist der Punkt Auto. Hier befassen wir uns mit den Fahrzeugeinstellungen. Das heißt, Sie können hier unter Auto aus unserer Fahrzeugliste Ihr entsprechendes Fahrzeug auswählen. Es gibt ein paar Fahrzeuge, die haben aufgrund des Laders, der integriert ist im Fahrzeug, bestimmte Vorlieben bzw. bestimmte Einstellungen, die der Wattpilot treffen kann, um hier perfekt mit dem jeweiligen Fahrzeug kommunizieren zu können. Das heißt, wenn Sie Ihr Fahrzeug in dieser Liste nicht finden, dann haben Sie ein sehr gutes Fahrzeug gekauft. Das hat dann unser Standard-Ladeverhalten inne. Das heißt, Sie können hier einfach mit dem Standard-Ladeverhalten laden und die Ladung, die PV-Optimierung funktioniert perfekt. Wenn Sie eines der Fahrzeuge aus unserer Liste sehen und dieses damit laden wollen, dann können Sie hier einfach zum Beispiel den Renault Zoe anklicken und der Wattpilot konfiguriert sich dann automatisch auf die jeweiligen Konfigurationen, die benötigt werden, um dieses Fahrzeug optimal damit aufladen zu können. Hier sehen wir zum Beispiel, beim Renault Zoe wird ein Mindeststrom von 10 Ampere für die Ladung benötigt. Das heißt, hier konfiguriert der Wattpilot automatisch diesen Mindestladestrom, der hier benötigt wird. Ja, außerdem können Sie natürlich den Punkt wählen, ob Sie die Phasenumschaltung aktivieren möchten. Sie wissen ja, unser Fronius Wattpilot kann automatische Umschaltung von ein auf drei Phasen realisieren und kann somit das komplette Leistungsspektrum der PV-Anlage nutzen. Sie können jetzt hier wählen natürlich zwischen der automatischen Ein- und Drei-Phasen-Umschaltung, beziehungsweise können Sie natürlich auch aktivieren, dass das Fahrzeug nur einphasig, beziehungsweise nur dreiphasig geladen werden soll. Ja, der nächste Leistungspegel, den wir jetzt einstellen können, ist der Drei-Phasen-Leistungspegel. Und hier können Sie einen Leistungspegel definieren, ab wann die vollautomatische Umschaltung auf die dreiphasige Ladung umschalten soll. Der ist standardmäßig immer auf 4,2 kW gesetzt. Das heißt, sobald 4,2 kW Überschuss vorhanden sind, wird der Wattpilot entsprechend auf die dreiphasige Ladung umschalten und wird das Auto dann dreiphasig weiterladen. Ja, eine ganz wichtige Funktion auch für verschiedene Autos, die das benötigen, ist unsere Funktion Ausstecken-Simulieren. Mit dieser Ausstecken-Simulieren-Funktion wird sichergestellt, dass Fahrzeuge, die nach einem Ladevorgang einschlafen, auch wieder aufwachen, wenn ein PV-Überschuss zurückkommt. Das ist zum Beispiel beim Mitsubishi i-Meet der Fall, wenn hier zum Beispiel im Eco-Mode PV Überschuss geladen wird, wird das Auto geladen, bis zum Beispiel Wolken über die PV-Anlage ziehen, dann ist kein Überschuss mehr vorhanden, die Ladung wird gestoppt. Dann vergehen einige Stunden, in denen das Auto leider Gottes einschläft. Und dann wollen wir natürlich, wenn zum Beispiel am Nachmittag der PV-Überschuss zurückkehrt, wollen wir die Ladung wieder starten. Und das ist eben genau möglich mit unserer Funktion Ausstecken-Simulieren. Hier hat der Wattpilot dann die Möglichkeit, das Auto sozusagen wieder aufzuwecken, sozusagen dafür sicherzustellen, dass das Auto nicht einschläft und dann die Ladung mit dem PV-Überschuss wieder zu starten. Das heißt, wenn das bei Ihrem Auto der Fall ist, können Sie hier die Funktion einfach aktivieren oder deaktivieren und damit sicherstellen, dass auch Ihr Fahrzeug optimal mit PV-Überschuss geladen wird. Ja, die nächsten Punkte sind dann die Optimierung, also das Energiemanagement. Und hier haben wir zwei verschiedene Schwellwerte, um den Wattpiloten jetzt im Energiemanagement mit einmal der PV-Batterie und einmal mit dem Phonius-Unpiloten zu priorisieren. Das heißt, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, zwei verschiedene Schwellwerte einzustellen. Wenn Sie jetzt ein System haben, in dem sich eine stationäre PV-Batterie und ein Phonius-Unpilot befindet, dann wollen Sie natürlich den Wattpiloten entsprechend priorisieren und diesen in das Energiemanagement einbinden. Sie haben hierzu die Möglichkeit, zwei Schwellwerte zu setzen, die hier standardmäßig auf 20% State of Charge, also Ladezustand der stationären PV-Batterie gesetzt sind und einmal auf 20 Grad Celsius bei dem Phonius-Unpiloten, also die Warmwassertemperatur im Boiler. Durch Einstellung dieser Schwellwerte haben Sie jetzt die Möglichkeit, eine Priorisierung festzustellen. Das heißt, Sie können zum Beispiel, wenn Sie die PV-Batterie auf Priorität einsetzen wollen, haben Sie die Notwendigkeit einmal im Phonius-Wechselrichter-Webinterface die Priorität zu setzen zwischen PV-Batterie und Ohnpilot. Hier können Sie in den Einstellungen des Phonius-Wechselrichters festlegen, wie hoch die Priorität der einzelnen Komponenten sein soll. Das heißt, Sie setzen jetzt in unserem ersten Beispiel die PV-Batterie auf Priorität Nummer eins im Phonius-Webinterface und den Ohnpilot auf Priorität Nummer zwei, wenn Ihnen sozusagen die Batterie wichtiger ist. Sie haben dann zusätzlich die Möglichkeit, hier einen Grenzwert festzulegen. Das heißt, in unserem Fall wollen wir zum Beispiel, dass zumindestens 20 Prozent State of Charge, also 20 Prozent Ladezustand in dieser PV-Batterie enthalten sind. Das heißt, wenn jetzt sagen wir in der Früh die Sonne aufgeht, dann wird der Wechselrichter sicherstellen, dass zumindestens einmal diese 20 Prozent in die PV-Batterie geladen werden und danach wird sich der Wattpilot aktivieren, um das Fahrzeug zu laden. Hiermit kann ich sozusagen einen Mindest-Ladezustand der PV-Batterie sicherstellen. Ja, der zweite Grenzwert ist dann eben der Temperaturschwellwert für den Phonius-Unpiloten und hier kann ich dann sozusagen, wenn ich den Unpiloten auf Priorität einsetze, eine Mindesttemperatur im Boiler vorsehen und kann damit sozusagen sicherstellen, dass auch der Unpilot berücksichtigt wird und dass ich hier eine Mindesttemperatur entsprechend im Phonius-Unpilot erreiche. Ja, soviel zu den Einstellungen von der PV-Optimierung. Sie sehen schon, hier ist einiges zu optimieren, wenn Sie das möchten. Es besteht dafür aber keine Notwendigkeit. Wie gesagt, die wichtigsten Funktionen sind bereits ab Werk integriert. Das heißt, Sie können im Prinzip einfach nach dem Plug-and-Play-Prinzip die PV-Überschuss direkt verwenden und im Ecomode zum Beispiel Ihr Auto direkt mit PV-Überschuss laden. Der nächste Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist jetzt unser erster Lademodi. Das ist der Ecomode. Im Ecomode wollen wir sozusagen immer sicherstellen, dass mit möglichst günstiger Energie geladen wird. Das heißt, entweder mit reinem PV-Überschuss oder mit günstigem Strom aus einem flexiblen Stromtarif. Um den Ecomode zu aktivieren, gehen wir erst einmal auf die App-Übersicht unter dem Punkt Leistung. Hier sehen wir, im Moment wird das Fahrzeug jetzt mit 11 kW im Standardmodus geladen. Das heißt, wir haben auch einen Netzbezug dabei. Wir wollen jetzt, nachdem wir den Ecomode konfiguriert haben, nachdem wir die PV-Kostenoptimierung konfiguriert haben, können wir jetzt hier unter dem Punkt Modus den Lademodi einfach umstellen. Dasselbe ist natürlich auch möglich mit dem Button an der Frontseite des Geräts. Hier kann ich durch ein kurzes Drücken auf den Button den Lademodi ganz einfach ändern. In der App schaut das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier oben meinen Punkt Ecomode und den kann ich jetzt hier mit dem Schieberegler ganz einfach aktivieren. Und wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, aktiviert sich der Ecomode im Fahrzeug und das Fahrzeug wird jetzt rein mit PV-Überschuss geladen. Wir sehen schon, hier hat sich die Ladeleistung jetzt reduziert auf 4,3 kW. Das ist jetzt genau unser Überschuss, der jetzt hier geladen wird. Unter dem Punkt Details können wir jetzt auch die Detailwerte sehen für die Ladung. Hier sehen wir jetzt, wir befinden uns im Ecomode. Hier unten sehen wir den Status des Fahrzeuges. Hier in dem Fall startet die Ladung jetzt mit der überschüssigen PV-Energie. Und hier oben in unseren Bubbles können wir sehen, wo der Strom aktuell herkommt. Die Ladung wird jetzt also gestartet. Wir starten jetzt hier mit 1,4 kW an PV-Überschuss. Sehen jetzt hier auch die aktuelle Leistung, mit der geladen wird und die Zeit, die schon geladen worden ist. Das heißt, hier sehen wir jetzt, 23 Sekunden sind vergangen und die Ladeleistung wird jetzt hinauf geregelt. Das heißt, der entsprechende PV-Überschuss wird jetzt hier genau in das Fahrzeug geladen. Unter den Punkt Details können wir jetzt auch in unseren Bubbles sehen. Hier kommen 3,1 kW eben entsprechend von der PV-Anlage. 0 kW kommen natürlich aus unserem Heimspeicher. Hier wird jetzt nur mit überschüssiger PV-Energie geladen. Und natürlich auch 0 kW werden aus dem Netz bezogen, weil wir jetzt hier rein mit der überschüssigen PV-Energie laden. Hier unten dann auch natürlich die Detailwerte. Das heißt, hier sehen wir jetzt, wie viel Kilometer pro Stunde nachgeladen werden wir können, beziehungsweise wie viel Kilometer schon insgesamt geladen worden sind. Ja, die Leistung variiert dann natürlich. Je nach PV-Überschuss, der im Moment anliegt, sehen wir jetzt hier die aktuelle Leistung, mit der geladen wird, beziehungsweise natürlich auch in der Übersicht sehen wir, mit wie viel PV-Überschuss geladen werden kann. Sie sehen schon, der Eco-Mode ist relativ einfach konfiguriert. Ich muss sozusagen nur die Ladung mit dem Eco-Mode starten und der jeweilige aktuelle PV-Überschuss wird aktiviert. Der zweite Modus, den ich Ihnen zeigen möchte, ist jetzt unser Next-Trip-Mode. Der Next-Trip-Mode kann jetzt sicherstellen, dass das Fahrzeug auf jeden Fall geladen wird, aber natürlich vorrangig trotzdem mit PV-Überschuss oder mit günstigen Stromtarifen aus dem Netz geladen wird. Beim Next-Trip-Mode kann ich jetzt sozusagen einstellen, dass das Fahrzeug bis zu einer bestimmten Uhrzeit geladen werden soll. Den Eco-Mode kann ich jetzt konfigurieren, mit der Button auf der rechten Seite habe ich jetzt hier den Next-Trip-Mode, den ich einstellen kann. Ich kann jetzt hier einerseits eine Mindestreichweite in Kilometern einstellen, beziehungsweise dazugehörig eine Kilowattstunden an Energie, die ich zumindest in das Fahrzeug laden möchte. Dieser Wert soll erreicht sein bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Das heißt, Use Case Nummer 1, der Kunde möchte, dass zumindest 60 Kilometer an Energie in sein Auto geladen werden. Das sind entsprechend 10,8 Kilowattstunden bei einem Verbrauch von 18 Kilowattstunden und hier möchte ich jetzt, dass zum Beispiel bis zum nächsten Tag um 7 in der Früh das Fahrzeug entsprechend mit dieser Energie geladen ist. Das wäre jetzt zum Beispiel der typische Anwendungsfall, wenn der Kunde sagt, am nächsten Tag möchte er seinen Arbeitsweg wieder bestreiten. Er weiß, das sind 60 Kilometer Arbeitsweg und diese 60 Kilometer möchte er zumindest im Fahrzeug wieder haben. Bis um 7 Uhr in der Früh an dieser Zeit verlässt er das Haus und möchte sicherstellen, dass auch wenn kein PV-Überschuss am Vortag angelegen ist oder wenn keine günstigen Stromtarifzeiten angelegen sind, dass auf jeden Fall diese 10 Kilowattstunden wieder im Auto ankommen. Hier unten habe ich außerdem noch die Möglichkeit zu konfigurieren, dass im Ecomode verblieben wird. Das heißt, nachdem die Ladung diese 60 Kilometer im Fahrzeug angekommen sind, wechselt der Wattpilot dann automatisch zurück in den Ecomode. Wäre zum Beispiel der Fall, wenn sich die Pläne kurzfristig ändern, der Kunde verlässt das Haus doch nicht, das Auto bleibt mit der Ladestation verbunden, dann wird nach dieser Ladung dieser 60 Kilometer im Ecomode umgeschalten und es wird der PV-Überschuss so einer Anlegung wieder genutzt. Eine recht praktische Funktion, wenn sich die Pläne eben kurzfristig ändern. Dann kann ich hier oben eben den Next-Trip-Mode die Konfiguration speichern und kann jetzt hier ganz einfach den Mode umschalten und kann jetzt hier statt dem Ecomode einfach den Next-Trip-Mode aktivieren. Hier kann ich jetzt eben umschalten, kann diesen Next-Trip-Mode aktivieren und danach wird sich das Fahrzeug wieder in unserem Next-Trip-Mode befinden, kann man ganz leicht sehen hier an dem Uhr-Symbol und in unserem Fall verändern sich die Werte natürlich jetzt nicht. Es ist weiterhin ein PV-Überschuss vorhanden und auch dann der Next-Trip-Mode wird vorrangig dafür sorgen, dass PV-Überschuss für die Ladung verwendet wird und wenn eben zum Beispiel kein PV-Überschuss an dem Tag anliegt, dann werden diese 60 Kilometer, die wir konfiguriert haben, auf jeden Fall am nächsten Tag um 7 im Auto ankommen und der Kunde hat auf jeden Fall wieder seinen vollen Akku. Der nächste Punkt sind jetzt die Einstellungen des Ladetimers. Hier können Sie mit unserem Ladetimer vorgeben, wann der Wattpilot laden bzw. eben wann er nicht laden soll. Um diesen Ladetimer einzustellen, um hier die Zeiten zu konfigurieren, gehen wir jetzt wieder in unserer App-Übersicht auf den Punkt Einstellungen und hier haben Sie als vierten Punkt den Punkt Ladetimer. Hier im Ladetimer haben Sie jetzt die Möglichkeit einmal zwischen wochentags, Samstag und Sonntag zu unterscheiden und können jetzt hier sozusagen zwei verschiedene Zeiten festlegen. Sie können zum Beispiel definieren, dass hier von 23.30 bis 6.10 Uhr in der Früh das Laden zum Beispiel gesperrt sein soll. Ich kann jetzt hier unter den Vorgaben eingeben, einmal den Ladetimer zu deaktivieren, das Laden zu erlauben bzw. das Laden zu sperren. Das heißt, in dem Fall würde jetzt zum Beispiel von 23.30 bis 6.10 Uhr in der Früh das Laden gesperrt sein und in dieser Zeit würde der Wattpilot nicht laden. Dasselbe könnte ich natürlich umdrehen. Ich könnte zum Beispiel sagen Laden erlauben und hiermit könnte ich zum Beispiel sicherstellen, dass hier jetzt nur eine Ladung über Nacht möglich ist, um sozusagen den Zugang zu begrenzen, um hier sicherzustellen, dass nur in der Nacht auch geladen werden kann. Die selbe Funktion können Sie natürlich auch für verschiedene Hochtarife, Niedertarife nutzen. Das heißt, hier können Sie dafür vorsorgen, dass entsprechend nur in diesen Zeiten geladen werden kann. Hier auch eine Anmerkung bitte. Wenn ich hier das Laden erlaube bzw. sperre, bewirkt sich das natürlich auch auf meine anderen Tarife aus, auf den Eco Mode, auf den Next Trip Mode. Das heißt, wenn ich hier das Laden sperre, wird zu diesen Zeiten dann entsprechend nicht geladen. Dasselbe können Sie dann natürlich für Samstag und Sonntag extra definieren. Das heißt, Sie können sich zum Beispiel einen Ladetimer für den Wochentag zurechtlegen bzw. dann einen eigenen für den Samstag bzw. für den Sonntag speichern. Dann wieder hier oben auf den Punkt speichern gehen, um dann hier die Anwendungen wirksam werden zu lassen. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Authentifizierung am Gerät sind jetzt die Konfiguration unserer ID-Chips. Ich kann jetzt hier am Wattpilot bis zu zehn ID-Chips anlernen und kann mit diesen ID-Chips den Zugang zum Gerät erlauben bzw. mehreren Leuten diesen Zugang gewähren. Dazu kann ich wieder direkt in der Übersicht der App auf den Punkt Einstellungen gehen und habe jetzt hier unten den Punkt ID-Chips. Der befindet sich unter der Reiter Sicherheit und hier kann ich jetzt meine ID-Chips anzeigen lassen, kann sie konfigurieren, kann sie löschen und kann neu hinzufügen. Ich habe jetzt zum Beispiel den ersten Chip schon hinzugefügt. Hier sehe ich dann auch direkt die Energiemenge, die über diesen Chip geladen worden ist, kann in den Chip hineinklicken, kann ihn umbenennen, kann den Chip löschen oder kann zum Beispiel die Energiemenge zurücksetzen, mit der geladen worden ist. Das Ganze kann ich eben bis zu zehn Chips verwenden. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein User noch nicht angelegt ist, wie hier der User Nummer 4, kann ich jetzt hier auch diesen neuen ID-Chip anlernen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen ID-Chip hinzufügen möchte, einen neuen Benutzer freischalten möchte, kann ich jetzt hier mit der Funktion ID-Chip anlernen, ganz einfach den entsprechenden ID-Chip vor das Gerät halten und mit dieser Anlerne-Funktion einen neuen Benutzer anlernen und somit einen neuen Person Zugriff auf das Gerät gewähren. Ja, Sie sehen schon auf der rechten Seite haben wir jetzt hier die Energiemengen angezeigt und wenn ich jetzt hier die Energiemengen anzeigen lassen möchte, dann kann ich ganz einfach in der App Oberfläche nach unten scrollen und kann jetzt hier Verbrauch pro Nutzer anzeigen lassen. Das heißt, hier sehe ich dann den Verbrauch der einzelnen Nutzer. Ich sehe hier oben einen Gesamtverbrauch des Gerätes. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel der erste angelernte Chip hat zwei Kilowattstunden verbraucht und wenn ich mir diese Detailwerte jetzt anzeigen lassen will, kann ich hier unter dem Punkt herunterladen, mir direkt eine CSV-Datei ausgeben lassen und die dann zum Beispiel mit Excel direkt visualisieren. Ich habe dann hier die Ladezeiten, wann welcher Chip geladen hat und wie viel Energie über diesen Chip gelaufen ist. Sie sehen schon, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, jetzt hier den Verbrauch zu visualisieren und einzelne Benutzer zeittechnisch und energietechnisch zu erfassen. Als letztes möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen weitergeben. Wir haben grundsätzlich diverse Webinare schon, auch auf YouTube bzw. auf unserem YouTube-Channel finden Sie die Webinare zur Funktionserklärung des Fronius Wattpiloten. Hier finden Sie auch weitere Funktionen über die Ladeeinstellungen, über die Funktionen des Wattpilotens, was Sie mit dem Gerät alles nutzen können und natürlich unsere zwei speziellen Funktionen, den Eco-Mode und den Next-Trip-Mode. Die genaue Funktionsweise ist in diesen Webinaren auch erklärt. Besuchen Sie uns auch gerne mit unseren Online-Trainings. Hier erfahren Sie natürlich mehr über die Speicherlösungen und natürlich auch im Speziellen über die E-Mobilitätslösungen bei Fronius. Hier haben Sie dann die Möglichkeit direkt den Fronius Wattpiloten genauer kennenzulernen, mehr über die Installationen, über die Inbetriebnahme zu erfahren und wie ich die Wattpilot-Funktionen am besten nutzen kann. In dem Sinne, ganz nach dem Motto laden wie ich will, können wir den Wattpiloten jetzt nutzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Übersicht über die App eine kleine Funktionserklärung bieten, mit der Sie die Möglichkeit haben, den Wattpiloten jetzt entsprechend Ihren Wünschen, Ihren Vorgaben zu konfigurieren und hier entsprechend dem Motto laden wie ich will, die Ladung selbst starten zu können. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, hier sehen Sie unsere Kontakte eingeblendet. Für technische Anfragen steht natürlich gerne unser PV-Tech-Support zur Verfügung. Hier natürlich jederzeit bei Problemen bei der Installation oder in Betriebnahme gerne an den Tech-Support wenden. Auch eingeblendet natürlich unser Vertrieb, wenn Sie hier Fragen haben über die Bezugsquellen des Wattpiloten. Wie gesagt, er ist schon beim Großhändler verfügbar. Fragen Sie dort gerne an, Zweckspreise und Verfügbarkeit. Und wir starten mit dem Gerät ab Mai 2021. Ich möchte mich ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute bedanken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Solar Wattpilot App geben. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und fahren Sie elektrisch. Bis zum nächsten Mal hier bei frohnews. Auf Wiedersehen.